Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Lucky Skin Battle. Heute am Start ist Maudado, zusammen mit dem Lasse. Hi Lasse. Moin. So, falls ihr einen Wunsch habt, welchen Skin wir das nächste Mal spielen sollen, schreibt es jetzt in die Kommentare, lasst jetzt ein Like da und wenn ihr komplett neu seid, lasst jetzt ein Abo da. Ich würde sagen, wir stellen den Timer auf Timer at 420, das sind nämlich 7 Minuten und legen jetzt einfach los. Da beißen einmal die Neta Lucky Blocks. Oh ja, ja, ihr seht es, Neta Lucky Blocks. Ja, die pinken Lucky Blocks. Alter, jetzt ist direkt mein Spawnpunkt kaputt. Maudado, Alter, du sollst Glück bringen, ey. Nein, Killer Bunny. Huiuiui. Ey, ja, mein halber Maudado steht in Flammen. Oh nö. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an, ich kann dann nicht richtig looten gehen. Danke, liebe Neta Lucky Blocks. Alter. Ey, das ist doch, ohne Witz, warte mal, geht ab, nein, es verbrennt alles. Es verbrennt alles. Der ganze Maudado steht in Flammen. Alter. Von oben bis unten. Ey, jetzt ist da auch noch ein scheiß Gas. Lasse, ich habe verloren. Also, mehr sowas nicht. Ich habe noch gar kein einzelnes Item im Inventar. Guck dir das mal an. Ich habe noch, also jetzt habe ich Dropper im Inventar. Und ein Bett. Okay. Das sagt mir, gute Nacht, das Bett. Alter. Ja. Also. Gute Nacht. Ja, es ist gerade einfach nur irgendwie vollkommene Ironie, was hier passiert. Ey. Ich habe, oh, wenigstens ein Schwert, was ein bisschen Schaden macht hier. Aber ansonsten, Pech ohne Ende aus dem, oh. Ich habe es ohne Ende. Alter, ich habe irgend so ein komisches Penisschwert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Was ich mir jetzt wünschen würde, wären irgendwelche Lucky Blocks, weil, oh, scheiße. Na toll. Flying High. Alter. Da war gerade ein TNT Block, der mit mir hochgeflogen ist. Der dachte sich auch so. Ja, gut. Ja, und ich denke mir so, ja gut, mein Maudado ist kaputt. Also, irgendjemand hat mein Maudado kaputt gemacht. Oh, ich komme nicht mehr an ihn dran. Also, gar nicht mehr so wirklich. Alter. Da ist oben noch eine Reihe. Ja, aber die... Nein, das war das denn... Warst du das? Ja. Ey, als ob... Ist er jetzt am... Nein, er lebt noch. Oh Gott. Ey, Alter. So viel Glück muss man jetzt aber erstmal haben. Ey. Ich habe mich gerade echt eingebaut im TNT. Zack. Und... Warte. Oh Gott, ich kann mir jetzt wenigstens eine Rüstung gönnen. Alter. Ich brauche unbedingt Holz. Maudado ist... Maudado ist gnädig mit mir. Maudado ist gnädig. Aber wie gnädig, ey. Sowas habe ich noch nicht erlissen. Ich brauche nur noch Holz. Holz, 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 Holz. Komm. Holz, gib mir Holz. Oh Mann. Natürlich, exportiert der Villager. Ey. Schrecklich gerade. Ey, das gibt's nicht. Lasse ohne Witz. Slash, 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 Zwei. Hast du irgendwas Gutes? Äh, wenn ich ne Werkbank bekomme? Joa. Okay, hoffentlich kriegst du keine Werkbank. Das hoffe ich jetzt schon mal. Aber sowas von... Oh, warte mal. Kann ich nicht damit... Use? Ich brauche ne Werkbank. Hoffentlich hast du keine Werkbank. Ja, das hoffe ich auch. Oh, warte mal. Alter, ich brauche ne Werkbank jetzt. Ich brauche Holz, Alter. Ich und mein Holz. Ich such mein Holz. Na. Holz, ja, ja. Jawoll. Ich krieg auch Holz. Was kannst du machen? Lasse. Bisschen was Gutes. Ey, kannst du den Illuminati Lucky Block craften? Theoretisch, das ist möglich. Das wäre ja sowas von unfair, Lasse. So. Ich kann mir jetzt wenigstens hier normale Lucky Blocks craften. Und die kann ich auf plus 100 werten. Das war ein geiler Move, Alter. Ich sag's euch. Oh, das ist dir schlecht. Oh, 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 oh. Endlos Wither, Endlos Regeneration. Was ist das bitte für ein blöder Effekt? Was hast du? Endlos Withering und Endlos, ja, Regeneration. Und Endlos, ja. Okay. Die Kombination ist episch. Und da war Lava. Oh, da kommt diese Lava. Kann man, warte mal. Oh, kann man doch damit irgendwas machen? Scheiße. Nein, habe ich nicht irgendwas, was ich noch... Okay, ich versuch jetzt was. Ich weiß nicht, was dieser Lucky Block kann, aber ich versuch's. Nein, dann kann man nicht auf plus 100 werden, oder? Nein, geht nicht. Scheiße. Okay. Wenn es weitergeht, könnte ich mir vielleicht sogar Ido's Stuff machen. Nein. Oh, verdammt. Nein. Oh, das ist vielleicht gut. Nein, was ist denn das? Ey, Lasse, du machst dir kein Illuminati Stuff. Das hast du sowas von nicht verdient. Das hast du ja auch nicht gewusst. Lasse. Hast du gehört? Was habe ich verdient? Das ist gut. Du hast es nicht verdient, sag ich. Nicht verdient? Okay, das freut mich. Ich selber war mir. Oh, damit könnte ich noch ein bisschen Stress machen hier. Das habe ich jetzt eh schon so. Wart mal. Okay. Okay, okay, okay. Ein bisschen was kriege ich irgendwie gebacken. Mein Maudado ist halt einfach in Flammen aufgegangen. Ey, deiner auch zur Hälfte. Mein Maudado ist on fire. Ich habe einfach im Moment gerade das Redstone abgebaut, so was endlos viel TNT nicht gezündet ist. Ey. Ey, was war das denn jetzt? Du hast ganz, ohne Witz, du hast gerade meine OP-Goldäpfel zerstört. Mit der Explosion. Wow. Oh, danke für nichts, Lasse. Bitte. Danke für nichts. Oh, das ist jetzt mal. Ich habe die ganze Zeit unendlich Blöcke. Nein, nein, ich habe keine Pfeile. Alle, die sind mir vorhin auch alle verbrannt. Ich habe nur drei Pfeile, Alter. Mann, ohne Witz. Weißt du, dann kommt so ein Lasse um die Ecke und macht halt einfach dein Zeug kaputt. Wie weit ist denn da Timer? Slash Timer Info. Ein paar Sekunden noch. Oh, noch 45 Sekunden. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann absolut nichts mehr machen. Aber danach muss man uns ja noch ausrüsten, ne? Hey, du ziehst dich jetzt also nichts craften oder so. Das habe ich jetzt alles während der Dings gemacht. Ach so. Ansonsten musst du es im Match machen. Oh, damit kann ich was machen. Dann crafte ich mir das jetzt schnell. Ja, beeiligt halt. Damit kann ich auf jeden Fall noch was anstellen. Oh ja. Oh ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Taktik. Ich habe eine Taktik auf Lager. Oh, 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 oh. Ich mache schon mal Slash DM3 Lasse. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das wird jetzt nochmal eine ganz kritische Situation, Leute. Slash Spawn Point setze ich schon mal hier. Und mache Slash Kill. Leute, wer bis jetzt hierhin geschaut hat und noch kein Abonnent des Kanals ist, kann jetzt mal auf Abonnieren drücken. Ich blende es auch ein, wenn ich es nicht vergesse. Von daher, Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin den Kanal hier supportet mit Lucky Blocks. Und beim Lasse dürfte auch gerne vorbeigucken. Ja, würde ich mich auch freuen. Und auch über ein Abo, Support und alles, was dazu gehört. Oh, lol. So, was, wie sieht es aus? Zeit es um, welches DM war das jetzt? Slash DM3. Slash DM3. DM3. Hey, da bin ich jetzt so gespannt auf das Kettl. Dann muss ich mir ja gleich craften. So, wo ist der Basti und wo habe ich noch Platz? So, so, warte mal, ich mach das jetzt so, so. Ich habe nämlich eine Idee, was ich jetzt mache. Okay. Ich habe eine Idee. Okay. So, jetzt mal schnell in den Rucksack gucken, was ich in mein Inventar lege und was nicht. Okay, Lasse, dann würde ich sagen. Also, Töne brauche ich für diesen Kampf nicht. Das ist gut. Drei, zwei, eins, go. Kann ich mal nicht dotieren? Lasse, es geht los. Es geht los. Es geht los. Ja, klar. Die Frage ist, wo ist er? Wo bist du mein Sonnenlicht? Hä? Bist du gar nicht auf der Map? Natürlich bin ich auf der Map. Hä, wo ist er denn? DM3. Das kann gar nicht sein. Doch, unsichtbarer Basti. Fuck, Mann. Scheiße. Oh. Das heißt, du meinst. Oh, Mann. Das ist eine gute Taktik. Und? Oh, war das knapp. Lasse. So ein Blödsinn. Gut, dass ich Feather-Fouling habe. Er hat Feather-Fouling, als ob. Hä? Als ob er auf dem Baum sitzt. Als ob er auf dem Baum sitzt. Wie lange habe ich diesen Effekt noch? Ja, wie lange hat er den Effekt noch? Das wäre gut zu wissen, weil dann kann ich jetzt schon mal das da machen. Oh. Klasse. Fire-Resistant. Scheiße, Mann. Alter. Du solltest dich langsam fragen, was ich nicht habe. Ja, ich frage mich echt, was du nicht hast, Mann. Ich habe übrigens noch Absorption und Regeneration. Generation 2 über 5 Minuten. Oh. Oh, Lava. Lasse. Ah, da war das Basti. Ich glaube, in der Lava. Alter. Alter. Alter, das ist so spannend gerade. Ich schicke mal davon noch. Oh, das war so knapp. Das war so knapp. Alter. Ich kriege dich so nicht down. Hast du irgendeine Potion drin? Nicht mal das. Du hast keine Potion drin? Nein. Ey, was machst du da, Mann? Das gibt es nicht. Was ist das für ein spannendes Battle? Wie lange hat er diesen Effekt? Geht er 10 Minuten oder was ist das? Ich glaube, ja. Scheiße, ich brenne. 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 Oh, ich habe mich noch gerätzt. Ich habe mich noch so was von gerätzt. Der hört echt nicht auf, der Effekt. Geil. Alter. Jetzt stirbt doch endlich. Alter, das gibt es doch nicht. Baut er unter mir ab? Ja. Ey. Müsstest du jetzt nicht eigentlich schon lange Schaden bekommen? Ne, 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 ne. Boah, ey. Ey, ich muss jetzt alle Register ziehen hier. Ja, ich habe dich runtergeboxt. Oh mein Gott. Ja, du bist runtergefallen. Du bist runtergefallen. Aber man hat ja mehrere Leben, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich schläft dich gerade gar nicht. Ich muss jetzt Slash Kill machen. So. Ja, ich auch so. Wenigstens habe ich dich einmal gekillt mit meinem Schrott hier, Alter. Alter. Jetzt habe ich aber, glaube ich, keine Chance mehr. Es war ein nices Battle. Okay, drei, zwei, eins, go. Scheiße, Alter. Lass es so op. Was hast du denn drin? Was ist denn das? Ich habe eine Full Water Rüstung. Oh, man. Aber dass es dir nichts ausmacht. Was hast du da? Nichts? Nee, nichts. Guck mal, ich habe hier noch bei Emerald Apples. Okay. Ich versuche jetzt was. Wow. 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 Geil, Alter. Was war das gerade? Ich hatte Stärke drin. Alter, wie geil war das denn? Oh, mein Gott. So. Wie viel Stärke hast du drin gehabt? Ich habe mir normale Lucky Potion genommen. Okay, Lasser hat noch ein Leben. Alter. Okay. Drei, zwei, eins, go. Oh, fuck. Jetzt habe ich es verkackt. Oh, shit. Jetzt habe ich keine Chance mehr. Jetzt habe ich keine Chance mehr. Ey, ich habe dir 15 Damage gemacht. Das war zu heftig einfach, glaube ich. Boah. Boah. Komm, komm, komm. Oh, das ist ein Low-Brown. Alter, das gibt es nicht. Oh, nein, ey. Ich glaube es echt nicht. Ich glaube es echt nicht. Ich habe gewonnen, Alter. Wie viel Schaden hast du gemacht? Mit dem Schwert, Alter. 11 Attack Damage und Knockback. Ey, du hattest... Was hat 20 Attack Damage? Alter. Ich habe die... Ich ziehe dir aber auch nur zwei ab. Ich habe voll die... Ich habe die Doom-Rüstung aus den Neter Lucky Blocks. Was, du, Doom kannst du vergessen. Da mache ich keinen Schaden. Nein, nein, nein. Guck, das hier ist die Doom-Rüstung. Nicht die von den Time Machine. Alter, Leute. Lasst unbedingt ein Like da. War eine geile Runde. Bis dann und tschüss. Ciao.